Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du in den letzten Jahren etwas gelernt und an wem bist du gefolgt? Es waren mehr als drei Menschen. Wenn man das nicht kann, weiter zuhören an den Menschen und dann gute Ratschläge befolgen, dann ist man tot. Was ist bis jetzt deine beste oder die lohnendste Investition gewesen? Die beste Investition. Und ich glaube, das wird auch die lohnendste in die Erziehung meiner Söhne. Gibt es eine Buch- oder Podcast-Empfehlung? Die wechselt alle drei Tage. Ich lese schnell und bleibe gern hängen, aber das wechselt. Gibt es ein Morgenritual? Du meinst Zähneputzen, kämmen, duschen? Gibt es, aber mittlerweile muss ich zwei, drei Tabletten nehmen in der richtigen Reihenfolge gegen Bluthochdruck und Cholesterin. Das ist ein Ritual, ja. Ein Abendritual? Ach, am liebsten, doch. Am liebsten noch mit Menschen zusammen sein, die mir wichtig sind. Musik zum Aufstehen und Reinschlafen? Permanent. Welchen Rat würdest du mit der Erfahrung, die du jetzt hast, mit 69, deinem 20-jährigen Ich geben? Nimm dich so wichtig, wie es der Job benötigt, aber nimm dich nicht wichtiger als du bist. Der beste Rat, den du jemals bekommen hast. Mehr hat nie jemand in meinen Kommentar reingeschnurrt. Niemand, keiner meiner Chefs. Aber einer, mein erster, hat damals gesagt, beerdige sie doch nicht nach zehn Minuten schon zwei Meter tief. Mach es doch nur einen Meter tief. Es könnte sein, dass sie mit einem Comeback rauskrabbeln aus dem Loch wieder. Der war beruflich wichtig. Wann hast du herausgefunden, was du wirklich willst? Immer noch nicht. Angst vor dem Scheitern? Immer. Was weiß fast niemand über dich? Das soll so bleiben. Wer ist in deinen Augen erfolgreich? Der am Ende mit seinem Job glücklich ist. Was ist dein Antrieb Tag für Tag? Lebenslust, Lebensfreude. Gibt es eins oder gar mehrere Zitate, nach denen du lebst oder wo du sehr oft daran denkst? Ein wunderbares Zitat von Golda Meir, der frühen israelischen Premierminister. Die hat gesagt, jetzt machen sie sich mal nicht so klein, so groß sind sie gar nicht. Das heißt, nicht kokettieren. Wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Nimm dich so wichtig wie notwendig, aber mach dich auch nicht größer und nicht kleiner als du bist. Was war dein bester Kauf für unter 100 Euro? Habe ich für unter 100 Euro jemals was gekauft? Nein, ich gehe gerne shoppen, ich gebe gerne Geld aus. Die Äußerlichkeiten sind mir wichtig. Es gab ein Tartufo-Eis an der Piazza Navona in Rom. Das kostet zwar auch 7, 8 Franken, glaube ich, oder Euro, aber brillant. Was ist für dich Glück? Gelassenheit, Zufriedenheit und Menschen um mich herum, die ich liebe. Was ist für dich Flow? Wenn ich nicht darüber nachdenken muss, was ich jetzt als nächstes machen muss, sondern wenn sich die Dinge ergeben. Wenn ich einen Tag auch abarbeite, ohne dass es mir schwerfällt. Also mit aller Anstrengung, aber ohne, dass ich Dinge zwingen muss, sondern wenn ich sie so vorbereitet habe, dass sie sich ergeben. Wenn du mal einen scheiß Tag hast, was machst du zum Zurück in den Flow zu kommen? Sofort mich zum Beispiel bei meiner Frau ausholen und hoffen, dass sie sich diesen Quatsch auch anhören. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben? So viele wichtige Entscheidungen. Was war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben? Kinder zu bekommen, Kinder zu erziehen, die Frau kennenzulernen, am Ende die richtige ist, an der richtigen Stelle im Job abzubiegen. Es gibt nicht die eine Entscheidung. Das Leben sind laute Entscheidungen. Das Glück zu haben, mehr richtige als falsche zu treffen. Kannst du gut Nein sagen? Nein. Jetzt wollte ich fragen, Gib uns einen Tipp. Ganz schlecht. Im Nein sagen bin ich ganz schlecht, merke aber, dass mir heute die Zeit immer wichtiger wird. Das liegt am Alter, weil mir ist der Verdacht gekommen, es könnte mal zu Ende sein mit der Zeit, ohne jetzt hier sentimental zu werden. Aber ich merke und deswegen zuweilen schütze ich mich vor mir selber, indem ich sage, nein, nicht böse sein, aber das schaffe ich nicht.